Die haben aber auch früher mehr Schaden gemacht. Ja, ja, da warst du dann... Ah, cool. Halt, halt, überleg's nochmal. Wir haben jetzt Ausrüstung. Loot kannst du sammeln, ich hab alles. Ich hab alles. Ja, deswegen, was wir überlegen, hä? Wir haben doch jetzt Ausrüstung an. Wir haben ja immer Defense, deswegen nehmt man so... Dies war aber im dritten Raum auch schon, dann hatten wir's auch. Okay. Hä? Oh, da lebt noch einer. Ah, kein Hirschkäfer, kein Hirschkäfer, ne? Aua, tut weh, bist du behindert? Also, falls du Damage kriegst, macht nix, ich heil uns dann gleich, ne? So. Achso, er braucht dann ja noch beide. Oh, ich hab ein Level ab. Oh, ich will zum Schab, ich hab ein Level ab, Posi. Ja, dann lass mal, bevor wir jetzt hier alles einsammeln, erst mal gucken, oder? Genau, hätte ich auch gesagt. Wo war denn der Shop? Wir müssen da echt noch so ne Karte anzeichnen. Ja, aber echt. Hä, ich kann hier nicht raus? Alter, dann lebt hier noch was. Dann lebt hier noch was. Hä, wo ist denn das? Keine Ahnung. Hä? 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 Wenn du nicht mehr hinmust, nehm ich das lieber noch mit. Hä? Also, ich seh hier nirgendwo was Lebendes. Jaja, aber wir können ja nicht raus, weil was lebt. Fuck, fuck. Ah, nö. Ich hab neun Blut und kann hier raus? Ah, hier ist es. Hier. Ja, ich hab's auch hart gesehen. Ja, super. Hast du toll gemacht, du blöds Drecksviech. Au. Jetzt kann man rausgechargt. Das war sind's blöd. So ein Hund, du. Sehr schön. Jetzt aber doch kein Bug. Oh, bin ich froh. Äh, halt. Da lang. Ich hab auch wirklich so. Hä? Hä? Dann müssen wir rechts was, glaube ich. Na? Dann werden wir sehen, wir sind beim Aufzug oder nicht. Ah, ne. Da vorne ist der Shop. Genau. Der heilige Tafel sprach der Meistergoblin. Looted euren Loot. Looter. Weiße Worte eines Looterkönigs. Ich bin der Looterking und brauche einen neuen Swing. So, was kriegen wir? Nice! Wie blöd! Kerzenstab. Kleine Flamme, meinem Haupt werde zu nem Sturm, der Leben raubt. Goblin, äh, Schlaflied. Beschwör einen Feuerregen, der alle Gegner im Umkreis schädigt. Das ist ne Distanzwaffe, die kauf ich mir mal. Macht's mal nicht viel Damage, aber... Aber ich will, äh, ich will zuerst mal nen Hutständer. Den hatten wir schon davor. In Planung. Ja, ja, aber, äh, äh, ich brauch eh nicht so viel. Wie brauchst du? Ich brauch 96. Ich brauch 33, ich hab noch 39. 39 hab ich auch. Ja, dann komm her, Kotz, dann, dann loot mich kurz ab. Ja, ich brauch, äh, ich brauch 96 am Ende. Ich muss in nen anderen Raum zurück erst mal. Ja, gut, okay. Weil ich hab auch noch 3 Pilze, damit kann ich auch noch selber stun, notfalls. Aber ich will dann kurz die Waffe... Der sieht voll geil aus! Was hab ich denn jetzt? Mächtige Felsen brechen aus dem Boden hervor und schaden Gegner, die sie berühren. Okay. Das ist das dann. Oh, voll, hier fliegt der ganze Loot hier rum. Posi, guck mal, Kerzenständer. Der ist voll geil. Tada! Ja, jetzt, warte mal, ich muss hier erst mal... Ja. Das ist eins runter, ne? Der schaut ab, der Loot! Oh, der Raum ist ekelhaft gewesen, von den Monstern und vom Looten her. Ja. Alter, hast du das grad gesehen? Fett. Danke. Das sieht voll cool aus! Sie ist voll mega animiert! Okay. Und dann zwinge ich den Stab gleich wieder an. Das ist geil, äh, wo bist denn du? Ja, in den 65 hab ich, äh, so fehlen mir noch, äh, 30, 31. Ah, ich hab 39, okay, dann warte kurz. Ich, ich, ich... Äh, geh mal weg, ich stun mich. Ah, shit. Äh, geht net. Okay, dann musst du mich stunnen. Ach, schlimm, ich kann mich nur stunnen, wenn du in der Nähe bist, so war das. Na, das wird ein Double-Stun, dann. Das finde ich uns ja relativ wenig. Herzen zum Glück nügen Pilze, also von daher. Aber ich find den Kerzenständer voll geil. Der hat was. Aber ich nehm erstmal die giftigen, falls wir dann doch nochmal für... Oh, ich brauche eigentlich nicht. Ja gut, ne, wir haben doch Rack, das passt. Notfalls, warte mal kurz. Ein Posey? Ja? Ich zeig dir mal kurz was. Huo! Nice. Geil, gell? Kerzenregen. Ja, aber... Äh, hinter mir ist noch einer, wenn du noch... Das war ja natürlich jetzt klug. Ich hab auf deinen Kopf gezielt, aber gut. Ja, hallo, das ist ein Hohlkörper, da fliegt es durch. So, ich brauche jetzt nochmal zwei Pilze. Mir fehlen nämlich noch sechs. Ja, super. Aber das eine möchte ich behalten, das kriegst du nicht. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich würd'n bisschen weiter weggehen. Hab' ich ja auch grad gedacht. Das sieht zwar witzig aus, aber gut. So. Man, das versaut meine ganze Statistik, was du schon von mir gold geklaut hast und ich von dir fast nix, ne? Du hast doch von mir, von mir einiges geklaut, oder? Ja, aber in den letzten zwei Runs hast du, glaube ich, insgesamt jetzt 150 Loot von mir bekommen. Oh. Warte mal. Eine, eine Geschenk für dich, mein Posse. Äh... Komm weiter, wenn wir ausge... äh... sind. Äh, was bist du? Also du kannst jetzt mit der auch schießen, ne? Jaja. Okay. 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 Ich krieg meinen Hut ständig ab. Wie viel Schaden macht denn die? Äh... 40. 40, okay. Rüstung 10, Lebensraub 0, Crit-chancen 3 und Regeneration habe ich 16. Soll ich sie kaufen? Soll ich sie kaufen? Soll ich sie kaufen? Ja, 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 los, mach mal! Ich will das sehen. Geil, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Ich muss kurz hinterlaufen, da kann ich ein schöneres Bild davon machen. Oh, das ist... Ey, vor allem wenn du... äh... äh... Schau dich mal von vorne an und dann sieht es voll cool aus, wenn wir so hintereinander stehen, ne? Mhm. Was machst du mit dem Hut ständig für eine Spezialattacke? Oh, ich kann schießen. Jaja. Dacht ich mir. Hui! Cool! Juiui! Vor allem voll die schnellen Geschoss... Ah, du meinst gleich schnell. Und wenn... Und mit Rechtsklick? Da brauch ich einen größeren Raum. Ich kann angeblich doch fliegen mit dem. Stimmt! Wo war denn dieser große Raum? Wo war denn dieser große Raum? Äh, links lang, links lang, ja, ja. Cool! Ja, ja, gerade. Ich glaube, ich muss sie folgen, wenn wir mit unserem ganzen rumgealbereichen für eine halbe Stunde strecken, weil ansonsten dauert das viel zu lang. Ja, ja. Mach, mach! Wuh! Geil! Mega! Ist ja fett! Okay, wo... wo wir jetzt... äh, wir sagen jetzt ja alles durch, ne? Ja, ja, äh... äh... links? Oh, das ist noch Loot. Willst du? Äh, ja, nehm ich mal, dann kann ich mir noch meine Mütze kaufen. Achso, ja, ich hab übrigens noch vier, ne? Ah, ja, hier waren wir dann genau und dann müssen wir jetzt da hoch. Ja, vier hab ich. Vier hab ich noch. Ja, ja, nö, das passt, das passt. Ich brauche erstmal Pilze wieder dann. Äh, links können... ne, ich glaube, da haben wir es jetzt nicht mehr durch, dann können wir jetzt... Oh, warte, aber da oben waren Pilze, die nehmen wir uns noch mit. Oder? Ne, denn hast du den heiligen Pilz hast du schon geholt. Gut, gut. Nö, dann können wir jetzt eigentlich weitergehen. Auf zur Ebene, wo wir starben. Weil es geleckt hat. Aber jetzt geht's gerade, oder? War das hier? Ja, jetzt geht's. Momentan geht's, ja. War das hier? Wo war anders? Äh, nein. Äh... Das war ganz anders. Das war glaube ich noch hinterm Shop irgendwo. Ja, beim Shop irgendwo ne... Ah, hier. Beim Shop war ich gar nicht. Das sieht voll geil aus. Pausi, warte, bleibe dort. Es wird ein Feuerregen über dich kommen, der dich segnet. Der kommt irgendwie über dich. Ne, der kommt vor mir oder irgendwie, ja, keine Ahnung. Der ist irgendwie noch ein bisschen unpräzise. Naja. Äh... Ja, hallo? Äh... Achso, lauf nochmal runter, weil du drauf gecharged bist. Deswegen... Äh... Äh, mir volle tun ist der Eingang. Ha 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 ha. ho mein Gott. Das tut weh. ho hoi, ich will mich drauf줄. Ja, ich muss doch mal runtergehen. Stehen beide drauf, denke und so grad, BAK! Und dann guck ich mir grad das Ganze an und denk mir so, oh, wart mal. Das ist ja noch Holz. Da muss ja jetzt Stein kommen. So. Und jetzt müsste... Da war nicht der Stopp. Ich glaub grad aus. Ich weiß, dass wir schon mal beim Shop waren. Hier werden übrigens Pilz, falls du dafür noch haben willst, ne? Ja, ja. Wo bist denn du überhaupt? Hinter dir. Ach so. Ja, nee. Pass, pass, pass. Können wir da oben noch holen, dann. Find mir eh wieder Lootenhaufen, dann passt das ja. Ich brauche ja nichts ablooten von dir dann. Äh, hier bei mir. Genau, da bist du ja. Boah, das ist schon geil. Also, das ist schon Hammer. Vor allem finde ich es eigentlich auch schön, dass jeder andere Items bekommt, als es irgendwie random ist. Das ist cool. Das sieht schon fett aus. Ich denk mal, irgendwann krieg ich halt auch Sachen, die du hast und andersrum, aber... Genau, genau. Man freut sich einfach jedes Mal so, ich wusste nicht schon, was kann das jetzt sein, was ist das? Ja, das ist ja, das ist einfach die Überraschung. Obwohl es halt nur, nur, nur vier, schräg, schräg, fünf Ebenen gibt. Ähm, ja. Ach ja, was wir leider gemacht haben, die haben den, ähm, Dings rausgepatcht, äh, den Fehler, dass man sich in die Ebene 5 rein, rein klitschen kann. Könnte man sich gegenseitig reinwerfen. Aber da oben gibt's große, böse Monster, Alter. Ja, da, wo wir da mit dem Tor da, wollen sie ja so'n Zwischenboss eigentlich noch einbauen. Ja, genau. Ja, genau, und der ist im Grunde schon drin, aber konnte ich mir nicht begehe. Ich hab's, ähm, eben, in, äh, in der Steam-Gruppe, das ist in der Steam-Community. Und der Bug ist es aufgelistet. So, warte mal, äh, wann hast denn du ein Level up? Boah, ein Drittel hab ich voll. Ja, okay, gut, dann hol ich mir noch meine Maske vorher. Weil ich glaub fast nicht, dass wir das hinkriegen, weil wir brauchen jetzt immer mehr XP's. Was mich halt freuen würde, wenn man wissen würde, wenn dran stehen würde, wie viel XP man kriegt. Boah, geil. Und, ähm, wie viel man noch braucht bis zum nächsten Level up. Das war cool. Guck mal, ganz kurz, stell ich mal neben mich. Ich drück nur einmal die Maustaste, ne? Ja. Mhm. Ich drück zweimal. Wie? Ach, bei dir auch. Ja, wenn ich, achso, nee, bei mir nur einmal, nur wenn ich drauf bleib. Bei mir macht er halt so. Und wenn ich drauf bleibe, macht er so. Okay. Warte mal. Okay. Keine Ahnung. Jaja. Aber jetzt ist das Schöne, ich kann meine Fähigkeit einsetzen, du nicht. Oh, guck mal, Loot. Wie deine Fähigkeit einsetzt. Ha, wenn wir uns irgendwo verstecken müssen, drauf kann ich meine Fähigkeit einsetzen, du nicht. Ich kann runtergehen, einmal rumchargen und dann, ja. Wart halt, halt. Ich hock mich mal drauf. Äh, vor uns könnte man drauf sitzen oder links. Lauf schon ein Stück nach rechts. Ah, da, ich seh's. Okay, genau. Hirschkäfer, oder? Nee, 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 nee. Komm auch trotzdem hier rauf. Bin unten. Irgendwas komisches war da. Ach, die Krabbe. Genau. Wart mal, ich mach mir den Regen. Mal gucken, was der bringt. Alter, da zieht er auch schon gut rein. Ich hab auch. Oh, irgendwas trifft mich, irgendwas trifft mich, irgendwas hat mich getroffen. Ja, der da unten. Wie konnte er mich treffen? Weiß ich nicht. Also, schadensmäßig treffen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Auch nicht schlecht. Oh, jetzt hat er mich eingekotzt. Äh, der hat mir vor ins Gesicht gespritzt. Boah, äh. Äh, alles okay bei dir, oder? Ja, gut. Nein, ich will da nicht rauf, weil das hat mir gerade eben hier Schaden gegeben. Ja, ja, komm, komm, komm nochmal hoch. Also, ich stehe hier gerade safe. Oder suchst du eine neue Position? Äh, äh. Ach, weißt du was? Oder soll man herkommen und wieder normal kämpfen? Das ist ja nur noch Käfer. Also, Krabben halt. Oder was meinst du? Keine Ahnung. Was hab ich nochmals gerade Fähigkeit? Mächtige Felsen können ich eigentlich auch mal machen. Wie sieht's aus? Yo, hat ihm halt mal gar kein Damage gemacht. Ist okay. Huch. Posi, ich werd verfolgt. Stalker. Nein, ich werd verfolgt. Stalker im Sperrbezirk. Stalker im Sperrbezirk. Stalker. Stalker für Posi. Ähm, irgendwie backt das bei der? Nee, nee, der ist... Der hat sich doch versteckt. Das kann man dem kein Damage machen. Dem Hund. Der ist bei mir aber draußen. Oh, jetzt. Wow, das tat aber weh. Der hat fast kein Damage genommen dadurch. Hab ich schon erwähnt, dass ich froh bin, dass wir uns racken? Aha. Jo, ist der Bau nicht verkehrt. Ich hab den einfach zwei... Okay, ist tot. Pass. Wie viel brauchst du denn jetzt noch für deine Kapitalisierung? Ähm, bab 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 30. Sollst du hier hinkriegen eigentlich? Ja, denk ich auch. Denk ich auch. Das Spiel ist so geil, jetzt könntest du stundenlang zocken, du. Echt ab nochmal. Hast du jetzt da 30 schon? Äh, nee, noch nicht ganz. Mir fehlen jetzt noch sechs. Ah, ich hab vier. Der nächste Raum. Wir haben kurz noch ein bisschen schnabuliert. Du bist gesund. Gut. Attacke. Oh, äh, nicht mal wahrscheinlich, wenn's gut läuft. Äh, oder doch. Was ist denn da? Wir haben ja sowieso den Shop noch nicht, von daher. Ja, aber kurz mal am Rande. Das sieht auch geil aus. Mit diesen ganzen kleinen Dekos, Sachen und alles. Es ist alles schön gefüllt mit irgendwelchen Zeugs. Das ist Deko. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall kämpfen, anscheinend. Ja, da kommen wir nur drum rum. Oh, Skelett-Magier. Alter, Alter, lass uns draufhocken aufeinander. Bin drauf. Ja. Der war knapp. Oh, ich weiß ja gar nicht, welch ich hab. Oh, ich hab! Ja, pass aber auf, wir nehmen Damage, wir nehmen Damage. Oh, oh, oh. Aber ich kann ja nichts machen, aus so vorbeizuspringen dann. Ja, ja, ich sag's nur, sag's nur. Weil ich bin hier einfach nur irgendwie von Schüssen umgeben gefühlt. Okay. Ähm. Gut. Ja, das ist jetzt hart. Vor allem müssen wir aufpassen, sonst müssen wir uns erstmal raggen. Ich glaub, das war's. Das war's, ja. So, du kannst die Kiste haben, ich nehm da hinten noch ein bisschen Material, beziehungsweise das da vorne, können schon reichen. Da braucht es dann nur sechs Stück oder so, ne? Ähm, mir fehlt noch eins. Warte kurz, ich pass auf, dass ich noch... Ja, okay, passt, dann erst kannst du den haben. Ja, gut. Weil da hinten liegt auch noch kurz. Ja, ich mach's nur schon mal auf. Achso, äh, klar. Ja, und am Ende, am Ende holst du, muss man dann Pilze sammeln. So du dann irgendwas brauchst. Obwohl, ne, du hast jetzt einen Grundarbeit, oder? Ja, ich hab's eben eine 60, ich bin, ich hab's glatt. Ich guck vielleicht, dass wir, äh, noch was kriegen, dass wir uns raggen können. Na, also, eventuell meine andere Waffe wiederholen, meine Holzwaffe, weil die kostet ja nur zehn, das ist ja nicht viel. Okay, gehst du mal kurz raus. Achso, achso, ja, sorry, sorry. Ne, den Holzeimer können wir leider nicht mitnehmen. Glaubst du, was da... Hey, können wir da wieder zurück? Ich seh mein Bett da unten. Guck mal runter, da ist mein Bett irgendwo. Also, ich glaub's zumindest. Sag mal, wir liegen da bei deinen Ollen. Äh. Du bist hier oben. Jaja, Goblins teilen doch alles. Hose, Muschi. Ähm, können wir uns links, da drüben, da, ne? Da könnten wir uns... Skelett-Magier. Okay, vergiss es, es bringt nichts. Ich schieß da mal wieder fleißig. Genau, treff halt nicht. Oh je. Wow, wow, ja, das ist okay, dass ich es gemacht habe. Das ist vollkommen in Ordnung, Posey. Vollkommen in Ordnung. Alter, warum schießen die immer dahin, wo man langläuft? Ähm, KI? Ging ein bisschen daneben. Scheiße, dass man nicht die Spezialattage machen kann. Das ist alles so geil. Alter, da, aber der, die, die Kerze macht Damage, du. Das ist pervers. Äh, die sind ziemlich weit weg, ne? Nur zur Info. Du bist voll? Mhm. Ah, ja, das geht noch, das geht noch. Okay, ist down, ist down, ist down, ist down, ist down, ist down. Gut. Ach, du mit deinem Rasenmäher-Ventilator da wieder. Das brauchen wir so lang. Ähm. Ich sammle den Loot erstmal lassen. Brauchst du noch was? Wie gesagt, eigentlich nicht, ne? Okay, ja, dann, dann warte mal mal noch kurz, weil dann kriegst du, glaub ich, vorher noch von mir's Level ab. Ja, aber das ist dumme, dass dann müssen wir den ganzen Weg zurücklaufen. Ähm, ich weiß nicht. Ja, ne, wobei, dann sammle du auf, du kriegst von mir's Level ab. Komm, sammle auf. Weil ich hab, äh, grad mal ein Sechstel. Dann mach ich dir erstmal die Kisten auf, dann, äh, fährst du, dann geht er schneller. Äh, schieß doch da. So. Das ist nix. Hier ist noch was. Aber dass der Shop angezeichnet ist, finde ich eine mega gute Sache, muss ich sagen. Geht's auch da hinten? Nee, nee, das geht irgendwie immer nur so halber über mir. Okay, schade. Du meinst, das ist ein schönes Schild, ja. Ja. Das hat was. Aber auf der Ebene hab ich's noch nicht gesehen. Ja, ich leider auch nicht. Leider. Äh, brauchst du einen Pilz? Also Fußpilz, Arschpilz. Ich weiß, dass deine Freundin Scheidenpilz hat. Deine Goblin-Freundin. Ja, ja. Äh, jetzt aber mal im Ernst, äh, äh, durch... Penicillin war das, ja. Äh, es ist allgemein so, dass Frauen da das bekommen. Ne? Total der Shit. Deswegen kannst du froh sein, wenn deine Freundin hast und die muss entscheiden... Und du brauchst kein Penicillin. He, he. Hm. Hm. Ich glaub, da geht's weiter. Aber hey, die haben das ein bisschen umdesigned. Sieht schicker aus. Ja, aber wir haben den Shop noch nicht gefunden. Ich weiß. Wobei, das ist jetzt auch die Frage. Wollen wir den Shop suchen? Oder? Ja, weil ich brauch noch meinen Helm. XP, ja. Oben würdest du auch ein Dings geben, aber... Du weißt, ich war das letzte Mal hier bei den Ratten, ne? Ja, ja, aber es lag grad aktuell nicht. Von daher geh ich mal spontan davon aus, dass es passt. Mal schauen, ne? Werden wir gleich sehen. Hätte ich auch gesagt. Wenn wir sterben, dann wissen wir wenigstens... Ja gut, bis jetzt sind keine Lava-Ratten aufgetaucht. Ich denke, die kommen auf der Ebene jetzt auch nicht mehr. Da gibt's jetzt wahrscheinlich Magier-Koplins und die Grappen und das war's. Laufen wir mal grad aus weiter. Hey, warte mal kurz. Ist da was aufgezeichnet? Ne, ist nur Moos. Okay.